Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Alone in the Dark 2. Und ja, was macht man am besten, wenn man gerade aufgestanden ist, aufnimmt. Das ist auch noch mit Facecam, yay. Ihr seht also jetzt gerade, wie katastrophal ich aussehe. Haare noch nicht gemacht, ich hab mich noch nicht umgezogen. Das Einzige, was ich gemacht hab, damit ich nicht ganz so krank aussehe. Oh, da ist ja wirklich was. Das eben so, ach, guck mal, der Pixel da hinten. Vielleicht liegt da ja auf was, da lag ja wirklich was, genial. Ist das vielleicht der Schlüssel für diese eine abgeschlossene Tür? Und ich will auf jeden Fall vorne noch was versuchen. Also das Einzige, was ich gemacht hab, um mich ganz tot auszusehen durch die Kamera, ist mir so ein bisschen Wimperntusche drauf gemacht und so. Aber das fällt eh nicht so wirklich auf, das geht halt ziemlich viel unter. Das ist halt das Gute an dieser Kamera. So, ich glaub ja immer noch, dass ich an dieses Teil komme. Und ich werd das jetzt einfach versuchen schieben. Ah, verdammt. Warte. Nein, 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 zu spät. Mano, ich will doch da bloß ran. Quetsch dich doch einfach... Quetsch dich doch einfach ran. Das ist eine blöde Stelle. Ich möchte aber das... Weil das sieht aus, als könnte ich das Kettenhemd nehmen. Und vor allem diese Flasche dort unten. Mano. Ja. Ich hab den Countdown gar nicht gestellt, fällt mir grad ein. Die letzte Folge ist ja schon etwas kürzer geworden. Aber ich lad nochmal neu. Ist ja jetzt nichts weltbewegendes. Ich muss nur dran denken, dass der Schlüssel dort ist. In der Ecke, dass ich mir den gleich wiederhole. Ich versuch das jetzt hier weiter. Ich werd jetzt hier nochmal schnell speichern. So. Achso. Diese Handlung verschieben. Verdammt. Ich hab schon wieder in die Richtung geschoben. Mist. Das ist aber auch echt ne fiese Stelle. Das muss doch gehen. Ich werd bestimmt zu nah oder... Ach, Mann. Das ist das Blöde, wenn du nicht weißt, wie du das am besten steuern sollst. Oder wie nah du da halt dran sollst. Das hat diesmal besser funktioniert. Oh mein Gott, das hat wieder mal gut funktioniert. Ah, ich bin... Oh, guck. Ich hab doch gesagt, ich kann das Kettenhemd nehmen. Und die Flasche. Da ist was drin. Eine Flasche. Werfen. Ich find das immer so schön, der Wirftchen, die fallen einfach zum Boden. Und da ist ein Pergament drin. Immortality. Extracts from the book of marvels. Im premature 1783. Arnold Domini. Now, we must consider the immortals and distinguish between those who know bliss and those who are damned. Packs with the demon do not guarantee everlasting life in this world. For the lowly henchman of Satan, or any other name you may give him, mere invocation or combat is enough. But remember this. There is a time of remission after the first death, which rips away earthly appearances, and the second death, which is true and final death, and which leads the damned soul to hell. This time we call the latent period, is when the cursed one is sent to the time of his damnation and becomes vulnerable once more. A weapon forged during the pact is enough to send them back to the void. For wizards, it is not so easy. The pact must be eradicated by destruction and conjuring, whatever the price. That is what the virtuous must pay, to remove the curse of an eternal life devoted to sin. No, not laden, nicht laden, nicht laden, speichern, speichern, speichern. Gut. Jetzt hätten wir hier, dann kann ich mir den Schlüssel holen, der in der hinteren Ecke ist, und hoffen, dass diese Tür da aufgeht. Warte, hier in die Ecke. Genau. So. Diese Tür. Und dann war sie ja noch verschlossen. Nutzen? Nicht doch, das wird woanders gebraucht, toll. Diese Tür ist abgeschlossen. Wo wird es denn dann gebraucht? Nützlicher Schlüssel. Gibt es hier noch irgendwas? Hier sieht es eher weniger danach aus. Ähm. Rieser oder Papagei? Ich glaube nicht. Dass der dafür ist. Nicht doch, das wird woanders gebraucht. Habe ich ja gesagt. Ich glaube nicht, dass der dafür ist. Okay, dann gehe ich da jetzt noch oben. Mal gucken. Weil hier unten ist ja da nichts mehr. Ich bin an der selben Stelle wie mit Grace. Obwohl ich mit Grace die andere Leiter hoch bin. Ist jetzt einfach nur der andere Gang. Achso, nee. Okay. Okay, da können wir rein. Muss immer gewappnet sein hier. Wir müssen ganz leise sein. Wir dürfen nicht laut sein. Gibt es hier überhaupt irgendwas? Ich weiß es nicht. Bis jetzt habe ich nichts gesehen. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Du hast... Du hast... Nein. Nein, 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 nein. Verdammt. Baby, ich bin nicht mehr geschützt. Ja, schön. Das freut mich. Oh, verdammt. Das wird nichts. Das wird nichts. Das wird ganz und gar nichts. Gut, dann gehöre ich mir nochmal den Schlüssel. Dann weiß ich schon mal, wo ich nicht reingehe. Im besten Fall nicht reingehe. Außer vielleicht lassen die ja auch was üben. Da, das kann ja auch sein. Das ist jetzt so ein... Hm, das könnte ja. Naja, okay. Äh, erstmal Leiter wieder hier hoch. Wurde mal gucken. Welche Türen ich benutzen kann. Ich muss mal überlegen. Ich glaube, die Tür ist die vom Kapitän. Warte mal, ich speichere gerade mal. Müsste die vom Kapitän sein. Kannst du ja nicht rein? Nein. Kannst du ja echt nicht rein? Doch, ich wollte gerade sagen. Oh, das ist ja was ganz anderes. Wach auf! Wach auf! Hier wird nicht geschlafen. Wieso schlafen die alle? Aber kann ich einfach verschieben? Nee, anscheinend geht das nicht. Aber ich hab ja noch nichts. Was hab ich denn? Oh, eine kurze Lunte hab ich. Die kann ich doch hier bestimmt benutzen. Nein! Scheiße, der wird wach. 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 Ich hab's doch gesagt. Guck, ich hab's gesagt. So, was hat der für mich? Aha. Nur Munition. Ja, die, die ich nicht verwende. So, jetzt kann ich aber trotzdem mal gucken. Wir haben ja diese kurze Lunte. Vielleicht zu kurz? Keine Ahnung. Absolut keinen blassen Dunst. Ist hier vielleicht noch irgendwas brauchbares. Ach, dann lande ich hier. Okay, ich hab's mir schon irgendwie gedacht. Okay, ich hab's mir noch keinen blassen Dunst, wie ich jetzt hier so alles weiterkomme. Absolut noch keine Ahnung. Diese Tür ist abgeschlossen, weil man vielleicht kann ich dafür den... Nein, 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 nein. Da, den da. Auch nicht. Weißt du, da hast du schon einen Schlüssel, der betitelt wird mit nützlicher Schlüssel. Oh. Ich bin hier. Die werden auch gleich wach werden. Ich hab ja vorher gespeichert. So ist es ja nicht, ne? Irgendwie hab ich echt gedacht, ich wär... Irgendwie an einer anderen Stelle. Weil als ich mit Grace hierher kam... war ja hier dieser Typ alles. Da konnte ich ja dann auch einfach rüber. Da war das eine nämlich... Ich versteh das nicht. Ich versteh es beim besten Willen nicht. Die Luke ist durch ein Gitter versperrt. Auf der anderen Seite. Luke ist durch ein Gitter versperrt. Ich glaub, wir müssen irgendwas mit der Kanone machen. Ja, komm. Das bleibt doch nicht da hängen. Guck dich noch ein bisschen weiter um. Hier gibt's wirklich nichts. Außer halt die Gegner, ne? Die sowieso gleich wach werden. Jetzt. Ich möchte hier nicht hängen bleiben. Hallo. Hallo. Ich wollte gerne, wenn die halt auf der... äh... wach werden, halt gerne von der Seite hier. Es gefällt mir auch nicht, dass das Spiel... der Meinung ist, gerade so ein bisschen... doppelt Musik abspielen zu müssen. Ich hab dann immer Angst, dass es gleich abstürzt. So, ich bin bereit. Los, wacht auf. Wie gesagt, ich bin bereit. Kommt doch bloß her. Wenn ihr euch traut. Ich hab ein Säbel. Ein Piratensäbel. Ihr zwar auch, aber egal. Jetzt werden sie nicht wachen, ne? Das ist herrlich. Ach, komm. Ja, jetzt. Ja, kommt her. Kommt her. Hilfe, ich werd nicht mehr geschützt. Ah, ja. Du musst auch das... aufmachen, was ich sage. Kettenhemd. Jetzt hab ich ja gar keine Chance. Was machst denn du jetzt? Nee, 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 nee. Ganz sicherlich, nee. Ja. Er schließt es auf einmal auf. Türlich. Klar. Und ich so mich die ganze Zeit hier doof und dämlich. Frage mich, wohin dieser Schlüssel gehört. Oh nein, oh nein, oh nein. Von wo? Von da. Was hat der da in der Hand? Der kleine Mozart. Sieht wirklich aus wie Mozart. So. Ganz schön zäh. Allerdings. Das war nicht der erste, der so... Ah, ein Pulverfass, ein Büchlein. Was haben wir noch hier? Also Waffen hier. Ganz, ganz viele Waffen. Das und Kugeln und sowas. Ich darf von nicht irgendwie mal was mitnehmen? Nee. Nicht? Da oben ist der Kanone und ich kann keine Kugel mitnehmen. Schön. Und dann gucken wir uns das Büchlein mal an. A Powder Plot. Die, we're all gathered. Jenkins was rallying his men with a spirited rendition of Rule Britannia. Danny stuck the fuse in the keg of powder during the first verse. He let out the string. No sooner had he lit the end of the fuse with a piece of incandescent metal when the ship was buffeted by a large wave. A poorly stowed barrel slid from its mooring and blocked the way out. The fuse burned on. The men still sang. Except for the troublemaker, who stood petrified in terror. Never, never, never shall be slaves still echoed in the air when the dark horse blew up. Several of the survivors claimed that Danny Boy had tried to extinguish the fuse by spitting on it. If only provisions of sand had been made ready for such emergencies. From that time on, the stower's name was cursed by all freebooters. And so ended in flame and death the tragic tale of a fine free master, now resting 80 feet under the waves of the balmy Indian Ocean. and so on, the stower's name was cursed by all freebooters. So, I don't know. So, I should have a little bit of a car on it. So, I should have a little bit of a car on it. I have a little bit of a car on it. Achso, das habe ich immer noch. Da ist nicht genug Platz. Kann man vielleicht auch einfach das Pulverfass in deren Schlafsaal tun? Das liegt da jedenfalls. Und eine kurze Lunte. Lassen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe absolut keine Ahnung.